Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine handelsübliche Plastikbox, mit der man zum Beispiel frisches Obst von A nach B transportieren kann. Doch dieser Kunststoff ist alles andere als durchschnittlich. Biokunststoffe werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und können deswegen einen Beitrag zur Nachhaltigkeit im Allgemeinen leisten. Nachhaltigkeit. Ein Prinzip, nachdem nicht mehr verbraucht werden darf als jeweils nachwachsen, sich regenerieren oder künftig wieder bereitgestellt werden kann. Mit diesem Ziel vor Augen erforschen und entwickeln wir bei Fraunhofer Umsicht biobasierte und biologisch abbaubare Kunststoffe. In Verbindung mit Kunststoffprodukten bedeutet Nachhaltigkeit, dass die wertvollen Polymere möglichst oft recycelt werden und dass die neuen Materialien aus biobasierten Quellen von nachwachsenden Rohstoffen kommen. Das heißt aus Holz oder Stärke oder anderen Reststoffen aus der landwirtschaftlichen Produktion und die können dann zu Biokunststoffen aufgebaut werden. Eine Vielfalt an Möglichkeiten, die für jeden Kunden und jedes Produkt individuell angepasst werden müssen. Es gibt keine Pauschalantwort. Wir gucken uns mit dem Kunden zusammen an, was ist die Herausforderung und welche Funktionen muss der Kunststoff für das Produkt erfüllen. Schauen dann, welche Verarbeitungstechnik ist notwendig, um dieses Produkt herzustellen und welche Rohstoffbasis und somit welchen biobasierten Kunststoff können wir verwenden, um genau das hinzubekommen. Ziel ist es immer, den Anteil fossiler Bestandteile so gering wie möglich zu halten. Wir gehen üblicherweise in mehreren Schritten vor. In jeweils einem Entwicklungsschritt entwickeln wir eine Reihe von Rezepturen, die dann analysiert werden. Wir treten dann auch nach jedem einzelnen Entwicklungsschritt in den Dialog mit unserem Kunden, präsentieren ihm die Zwischenergebnisse und legen dann gemeinsam mit ihm das weitere Vorgehen für die nächste Entwicklungsstufe fest. Ein Kreislauf, der dafür sorgt, ein perfekt auf den Kunden zugeschnittenes Produkt zu erzeugen, das in industriellem Maßstab gefertigt werden kann. Wir können die Ergebnisse vom Labor in den industriellen Maßstab übertragen, da wir auf der einen Seite ein hervorragendes Team haben, was eine Erfahrung von über 20 Jahren aufweist und auf der anderen Seite einen Anlagenpark, Maschinen, die einsatzfähig sind und die es uns ermöglichen, vom kleinen bis in den großen Maßstab einer halben Tonne pro Stunde zu entwickeln. Nachhaltigkeit zum Standard machen, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Unsere Aufgabe wird es sein, gemeinsam mit Kunden den Massenmarkt zu erschließen und somit biobasierte Kunststoffe weltweit zu etablieren. Wir entwickeln die Lösung für Ihre Vision – und für die Zukunft. lung zu uns für die Zukunft skal transparent drauf. 2